Willkommen zurück bei The Legend of Zelda Skyward Sword HD und wir wollen sehen, was uns hinter diesen Gang hier erwartet. Er erwartet uns wieder am Weg zum Buddeln. Ich glaube, hier sollte es erstmal ein Gegner sein. Ja, hier muss man hinten auch das... Okay. Down is up. Da haben wir ihn besiegt. Ist aber jetzt der Weg... Okay, das war wirklich hier nur der Weg hierhin. Okay, na gut. Gucken, was hier drin ist. Ah, eine kleine Schüssel. Ich weiß auch, glaube ich, ungefähr noch, wo ich hin muss, um da die Tür zu öffnen. Ungefähr, weiß ich das noch. Aber auch nicht mehr ganz genau, aber egal. Okay, es gab also hier gar nichts weiteres. Okay. Na gut. Oder warte mal. Sieht man das jetzt sogar auf der Karte, wo das ist? Da sieht man eine verschlossene Tür, ja. Aber hier unten ist da noch eine Truhe. Die müsste ich eigentlich noch holen, nicht wahr? Wenn ich jetzt eh schon hier in der Gegend bin, warum hole ich die nicht eben? Ist jetzt nämlich so weit. Ach komm. Lass mich in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Berausgesetzt, ich kriege die Truhe überhaupt. Da hast du überhaupt was verpasst, Elvis. Im Chat. Wenn du noch nie in Zelda gespielt hast. Da hast du tatsächlich was verpasst. Äh, ich bin hier falsch, oder? Ja, ja. Ich bin komplett falsch. Es gibt ja auch Emulatoren, Elvis. Ich will jetzt nicht Werbung machen, um Emulatoren zu nutzen. Natürlich macht das nicht, das ist böse. Das darf man nicht, das ist ganz, ganz böse. Das ist schlimmer als Raubmod kopieren. Das Spiel ist zehn Jahre alt, Elvis. Und das jetzt hier gerade ist erst eine Woche alt. Die Version davon. So. Es denken Leute an, ich bin verrückt. Weil ich mit Elvis rede. Mein unsichtbarer Freund, Elvis. Meine Stimme im Kopf. Elvis. Aber es ist gar nicht der Weg, den ich ganz lang muss. Was ist das hier für ein Weg? Wo fühlt es das hin? Okay, noch eine Abkürzung. Oder was? Offensichtlich. Okay, das war nicht der Weg, den ich gehen wollte. Aber dann kann ich den Gegner unten töten. Mit den Pflanzen. Das war nicht der Weg, wo ich lang wollte. Was habe ich getan? Oh mein Gott. Falsche Taste gedrückt. Aber ihn umzubringen ist doch dumm, oder nicht? Oh mein Gott. Wobei die Lava geht dann ja weg, ne? Sagt mir gerade nichts der Film. Also der Name sagt mir was, aber wenn du mich jetzt haben willst, dann ist es keine Ahnung. So. Aber hier ist auch nicht der Weg. Okay. Okay, Leute. Ich weiß glaube ich, wie es geht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man das machen muss. Aber krass. Ich weiß nicht, ob ich die früher geholt habe, die ich truhe. Aber muss ich ja. Ich hoffe, ich hätte das Spiel nicht 100% gemacht. Oh ja, ich muss mir hier die Kugelchen holen. Hier runter. Meinen Kollegen holen. Hallo, Kollege. Und am besten ihn auch treffen. Das war jetzt peinlich. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder latschen. Das war jetzt krass peinlich. Peinlich, peinlich. Ich hätte eigentlich gewollt, dass ich das mit dem Part hier noch durchschaffe. Aber ich glaube, das sieht gerade schlecht aus. Wenn ich ehrlich bin. Wegen so Sachen wie gerade. Ich muss die Aufnahme gleich aufhören. Das ist die letzte Part, die ich heute aufnehmen wollte. Vielleicht muss Matt Gamestack heute ein bisschen leiden und ich muss sieben Parts aufnehmen. Aber ich fand es jetzt eigentlich immer so schön, dass ich immer eine gerade Zahl an Parts aufgenommen habe. Das fand ich irgendwie schön. Immer sechs oder acht oder vier. Und dann ist auf einmal heute sieben oder was ist das dann? Ne, 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 ne. So, hier ist die Truhe. Glaube ich zumindest. Ja, da ist es noch. Ich muss immer antworten, von hier kann ich jetzt wieder weg. Oh, eine Flasche. Das ist gar nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Das ist wirklich gut. Für 100% auch sehr wichtig, die Flasche. Aber von hier komme ich nicht wieder weg. Okay, da muss es einen anderen Weg geben, wenn ich jetzt wieder wegkomme. Hmm. Kuddeln vielleicht? Ne. So, das Ding geht nicht mal an. Achso, ich kann hier hochklettern. Na gut, das geht natürlich auch. Ach stimmt, habe ich den Weg aufgemacht. Ach stimmt, es hätte auch alles viel schneller gehen können, als du den ganzen Weg zu klettern. Tut mir leid. Ich bin dumm. Hans mal. So. Jetzt muss ich hier lang, ne? Die Schlüsseltür. Das ist soweit richtig. Da ist sie. Okay, weiter geht's. Aber so viel ist auch gar nicht mehr. Ist jetzt noch dieser große Raum, dann der da noch. Und untergeschossen ist auch noch hier was. Aber sonst haben wir es schon fast fertig. So viel fehlt nicht mehr. Und hier wird ja jede Menge Platz gerade verschwendet. Okay, die Statuen sind alle nicht an. Das heißt, das Ding wird nicht fließen. Aber ich kann die Überspringen damit. So. Und wir müssen die Statuen jetzt anmachen. Dass die Lava spucken. Ich nehme an, das werden wir hier drin machen, in diesem Raum. Und wir müssen die Statuen. das geht noch mit bombe was für einen tag wenn man zumindest die schatz zu von einer halb so lustig oh mein gott wie schlimm ist er denn bitte wie konnte es mir nur bis hier entfolgen jetzt muss ich mir was einfallen lassen was willst du hier unten bei uns magma was auch immer du versuchst wenn du mir nicht den weg versperrst dann komme ich dir schön dass wir das sagst w w w w Ja, viel Spaß, Elvis. Ich muss ihn auch wieder unten reinbekommen und dann das Tor schließen. Das glaube ich aber nicht, dass es klappt. Das habe ich noch erwischt. Oh Mist, jetzt bin ich geliefert. Du kannst mit mir machen, was du willst. Was zum? Diese Klauen? Sind die nicht aus der Versammlung eines Kumpels? Ein Geschenk. Was? Du kennst meinen Kumpel? So grün wie du bist, hätte ich ja wohl geschwören können, dass du eines der Monster bist. Hey, nicht wütend werden. Tut mir ja selbst leid. Aber dafür gebe ich dir jetzt was Schönes. Warte mal kurz. So, da wären wir wieder. Übrigens, an der Klippe da vorne schien die Monster vorhin etwas zu suchen. Da gehst du doch sicher auch noch hin. Pass bloß auf. Nun, ich mache mich da mal auf. Zurück zum Boss. Und als kleine Dreieingabe öffne ich dir die Tür. Bis dann. Ja. Ja. Ein neues Herz. Särp! Ja. Nee. Nee. Ja. YOUR Lydonap. Nee. 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 cocaine. Nee. 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 Bir. Nee. Aber so kriege ich die Statuen gerade auch nicht an, hier ist auch nichts zum buddeln. Aber was muss ich mit dem von hier aus machen glaube ich. Wenn ich nur wüsste was, keine Statue davon schläft, ich glaube noch dieses Ding mit der schlafenden Statue, aber die sind alle drei wach. Hm, warte mal, es könnte sein, dass da vorne was, dass es hier ein Bomben Ding ist, aber ich glaube nicht, oder? Nee. Hm. 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 Irgendwas habe ich verpasst. Irgendwas habe ich nicht gecheckt. Ich kann mir vorstellen, dass man die Statue stopfen muss quasi und die anderen angehen, aber das ist scheinbar auch nicht die Dösung. Außerdem gibt es ja gar keinen Weg dazu, das zu tun. Und hier bin ich gerade eben rüber gehüpft. Hm. Die Kamera geht hier nach unten, als müsste ich hier auch was machen. Warte mal, da ist doch was zum buddeln. Ach, da ist was zum buddeln. Hinter der Statue versteckt. Okay. Das erklärt so einiges. Ah. Oh, oh, oh. Jetzt kommt die Lava da durch. Oh. Oh mein Gott. Schnell weg von hier. Muuuuuuh. Die Lava kommt. Okay. Oh mein Gott. Schnell weg von hier. Muuuuh. Okay. Uh. Puh. Oh. Oh. Hütt! Okay, jetzt kommen wir hier rüber. Also wir sind jetzt auch schon an der Tür hier vorne. Brücke der Entscheidung. Glaube an dich, sei mutig und schreite voran. Zu der schlafenden Statue sollte man, ne? Die schläft. Also ich weiß, wie man das da weitermacht, aber meine Frage ist jetzt, das gibt, glaube ich, so ein Master Key. Was gibt es denn hier rechts noch? Hier gibt es auch noch was. Hier gibt es auch noch was. Ah, das kann ich erst öffnen, wenn ich da durch bin. Okay. Na gut. Dann weiß ich Bescheid. Ja, dann zur Schlafenden Statue lieber links, ne? Da ist er. Da ist er. Man kann es aber auch auf der Karte sehen, wo man hin muss, lustigerweise. Weil man ja weiß, wo der Raum ist, wo man auch hin muss. Na ja. Oh ne, nicht schon wieder, aber die. Diesmal zwei von den stärkeren. Natürlich. Danke. Danke. Das war's für heute. So ging doch ganz nett, ganz einfach, ganz easy. Und ist das daher, wo ich hergekommen bin? Nee. Aber hier unten soll doch eine Truhe sein. Das ist der Raum, wo ich herkam, oder nicht? Weird. Okay, dann gehen wir da hoch. Das wird schon stimmen. Aber wenn wir jetzt die Master Key bekommen würden, dann würden wir den Boss noch schaffen in dem Part. Das wäre so schön. Das hat aber einen Hebel. Oh mein Gott. Wie die falsche Taste gedrückt. Ich habe sogar kurz darüber nachgedacht, wo ich drücken muss. Da habe ich gedacht, ja, A, musst du unten drücken. Wegen Xbox-Controller, aber nicht. Oh mein Gott, ich werde nie wieder mit dem Schwert schlagen können. Nein. Nein. Jetzt bin ich hier oben. Ich habe die Truhe verpasst. Ich muss gleich nochmal runter. Ich habe die Truhe verpasst. Unfassbar. Führe das Licht dem Weg, der Flügel folgend leuchten alle Statuen, so wirst du den Schatz des Königs erblicken. Okay, es muss doch nur was mit Buddeln zu tun haben. Okay, man darf auf jedes nur einmal drauf. Kann es das sein? Ach so. Okay. Da ist doch, ach so, zwei. Zwei ist oben links, okay. Da habe ich mich gerade vertan. Man sieht es an den Anzahl der Flügel übrigens. Null ist das erste, dann eins, dann zwei, dann drei und so weiter. Hier, dann ist doch zwei hier oben, oder nicht? Ah, jetzt drei nach unten. Jetzt noch Nummer vier. Ja, war so klar. Da war so klar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich nehme an, das war irgendwie mit den Haken irgendwo Da oben war eine geplünderte Truhe, das war glaube ich die, die ich gerade geholt habe Ich glaube, da oben könnte das sein. Wie kommen wir da hin? Da ist sie. Die letzte Truhe, die uns fehlte. Schauen wir uns doch an. Hat sich aber wirklich sehr gelohnt jetzt, muss man schon sagen. Nicht, aber gut. 100% ist 100%, ich habe es im Titel stehen. Und ich habe jetzt so entschlossen, das zu tun. Also passt das so. Hier haben wir alle Truhen, nicht wahr? Jawohl, dann geht es nur noch zum Boss. Nur noch zum Boss? Ja, dann mache ich das vielleicht doch noch mal einen neuen Part, oder? Dann habe ich wieder so einen schönen Boss-Part, wo direkt am Anfang der Boss ist. Hm. Da wird halt Mad Games Taekwund 2 heute der Part kürzer. Hihihi. Wobei, da wird das vermutlich eh nicht, weil ich wieder so viel Spaß am Spiel haben werde. Dann bin ich wieder so lange wach. Mann. Ich habe wieder so lange wach. Weil ich mal wieder übertreibe. Da habe ich neun Paares, Mann. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Warte mal. Na komm her. Danke. Warte. Fp ist immer gut. Hern wir immer gerne mit. Wir machen das jetzt wirklich einfach im nächsten Part. Was halt ein bisschen blöd ist, weil ich vielleicht eine ungerade Zahl an Parts habe. Aber egal, so ist es halt nun mal. So, liebe Freunde, dann wollen wir den Boss im nächsten Part legen. Und bis dahin, haltet die Ohrenschleifung immer das Beste aus eurem Leben. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, lasst es mich wissen. Und falls ihr noch mehr Zelda-Videos und mehr andere Spiele-Videos auf meinen Kanal ansehen wollt, dann abonniert mich auch. Dann weiß ich Bescheid, dass ich hier auf YouTube weitermachen soll. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, haut da rein. Ciao, ciao.